Ich fühle mich nicht so aus, ich bin hier zu Hause. Da hat der Bruder von ihm, mein Onkel erschossen. Da geht Licht aus und alle sind aus dem Haus raus und haben sich draußen verdammelt, weil die wussten, die Verbrecher haben Licht ausgemacht. Und du wirst, einer wird stärken. Und ich war immer zu Hause dann. Da sind alle auf die Straße gegangen, damit du nicht zu Hause umgebracht bist. Da waren alle draußen. Dein Leben hört sich an den Film. Herzlich willkommen, liebe Oktavon-Freunde. Mein Name ist Alin Jost und ich sitze hier gemeinsam mit Michael Degacek. Ich freue mich, dass du hier bist. Wie geht's dir? Sehr gut. Glücklich, dass ich essen darf, wie ich es geschafft habe. Wie ist das Feeling generell für dich, in München zu kämpfen? Das ist deine Heimat. Ist das schon was anderes, als wenn du in einer anderen Stadt kämpfst? Ich sag mal, ich habe ja vor kurzem in Frankfurt gekämpft. Das ist erst zwei Monate her. Ist ja geil, da waren auch sehr viele Zuschauer. Aber ich sag mal, in München, in meiner Heimat, wo ich wirklich geliebt bin von den ganzen Leuten, fühlst du dich zu Hause? Ich fühle mich nicht zu Hause, ich bin hier zu Hause. Also das ist einfach der geilste Platz. Du bist ja bereits mit dem verletzten Knie in den Kampf gegangen mit Dennis. Du hast den Kampf durchgezogen und du hast auch nicht vorher abgesagt. Hast du da, ist das dein Mindset, was sagt, ich zieh durch? Ist nicht nur mein Mindset, ich denk mal, ich bin ja schon 38, ich liebe es zu kämpfen, wirklich, ist kein Hegelabert nur. Jetzt in München sind ja ein paar Kämpfe ausgefallen, ein oder zwei Tage davor. Und dann denk ich mal, für den Gegner, der hat sich hart vorbereitet, das ist auch sein Geld, was er verdient und fällt in den Kampf aus. Und das ist auch, das Gedanke hatte ich in Frankfurt auch, der hat sich natürlich auch hart vorbereitet. Ich habe gehört, er war auch ein bisschen krank, er hätte auch schon in den Kampf gekommen. Und was wäre ich für ein Penner, sage ich mal, wenn ich einen Kampf absage. Deswegen, ich bin so ein Mensch, ich habe schon mit einem kaputten Ellenbogen, der ist auch eine ordentliche Narbe. Ich wurde operiert, ich bin mit einem kaputten Ellenbogen zum Kampf gegangen, der ist den Kampf dann komplett durchgebrochen. Wie lange bist du ausgefallen dann? Eigentlich wäre ich für acht Monate ausgefallen. Aber du bist in zwei Wochen. Nein, es kommt noch diese Short Notice, dann bei Octagon, mein erster Kampf. Da wurde ich zwei Monate erst davor operiert und ich habe den Kampf auch angenommen, gegen Radar Krooschal und habe den Kampf hergewonnen. Krass. Ja, zwei Monate davor hatte ich die OP gehabt. Gut ab. Deswegen sage ich, ich kämpfe immer, das interessiert mich auch nicht. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du im Cage stehst und weißt, du hast eigentlich ein Handicap, bist du trotzdem komplett im Modus, dass du sagst, ich gewinne safe? Oder beschäftigt einen das schon im Kopf, dass man weiß, man hat da eine Beeinträchtigung? Also ich glaube, du beschäftigst dich natürlich kurz davor, während der Vorbereitung und so ein Zeug, aber im Käfig selber denkt jeder, egal was für ein Handicap du hast, dass du gewinnen wirst, was hast du gestern gar nicht rein. Ich glaube, der Gegenüberlinge, der gesund ist, denkt, er gewinnt. Ich gegenüber der Verletzte oder Unverletzte, egal wie ich bin, denke ich, sonst würden wir bei sich reingehen. Sagst du eben, du bist 38 Jahre alt, was denkst du, wie lange wirst du noch in den Cage steigen? Also normalerweise, ich wollte wirklich nur Frankfurt kämpfen, München kämpfen und alles locker hinter mir lassen. Aber nach dem Kampf in Frankfurt habe ich gesehen, dass ich mehr rausholte. Ich bin mir sicher, wenn ich gesund bin, ist keine Beleidigung an Dennis, dass ich ihn schlage. Und dann würde ich gerne, wenn ich es hingehaut habe, noch einen Rückkampf habe mit zwei gesunden Knie. Hättest du dir auch gerne einen Rückkampf von Dennis Ilwein und Michael Degaschek? Im Jahr 2025 am besten? Ja, wann er will. Du am liebsten in zwei Wochen. Ja, du kommst ja gebürtig aus Brasilien. Was hat dich nach Deutschland gebracht? Mich interessiert jetzt wirklich mal deine Geschichte. Also nach Deutschland hat es mich gebracht. Mein Spitzname ist Vivo. Der lebendige. Ja. Das war der Spitzname meines Onkels. Der hieß Wellington. Aber die Jungs haben mich dort Vivo genannt, weil ich immer so lebendig war. Und hier und da und überall quillig. Der hat meinen Nachbarn vor meine Augen geschossen. Ja, vor meiner Oben und vor meiner Mutter. Und dann sind wir von da weggezogen, wo wir gelitten haben, weil wir schon wussten. Also in Brasilien ist das passiert. In Brasilien, wir wussten, es wird eine Rache geben. Ihm wird auch was passieren. Und sind wir von dort weggezogen, woanders. Die haben natürlich erfahren, wo er wohnt. Da hat der Bruder von ihm meinen Onkel erschossen. Und mein zweiter Onkel ist dadurch komplett durchgedreht. Da hat meine Oma zu meiner Mutter gesagt, sie war schon in Deutschland. Nimm lieber den Maicon. Ich hieß auch für Maicon. Ja. Nimm lieber den Maicon. Also aus Maicon wurde Michael. Und dann haben die gesagt, lieber den Maicon, bring ihn nach Deutschland zu dir. Dass du sicher bist. Nee, versorgen wir dir den gleichen Weg gehen wie mein Onkel. Bist du rückblickend denn jetzt glücklich damit, dass du den Weg eingestanden bist, nach Deutschland zu gehen? Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich in Deutschland lebe. Ich sag mal, die Brasilien wissen, wo Duca de Casillas ist. Da will keiner in Rio leben. Keiner will eigentlich zu uns fahren. Das ist wirklich das Allerletzte, was du in Rio haben kannst, da wo ich herkomme. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich in Deutschland kommen konnte, Deutsch lernen konnte, Englisch lernen konnte, Spanisch lernen konnte. Wie alt warst du da? Ich bin mit 14 von Brasilien nach Deutschland gezogen. Ganz alleine oder bist du mit 14? Meine Mutter hatte schon hier gewohnt. Ja. Und als mein Onkel umgebracht wurde, bin jetzt meine Mutter so geschickt worden, besser gesagt. Und dann wurde ich adoptiert. Daher von Maicon auf Michael. Und hast du lange gebraucht, dich in Deutschland so einzufinden? Ja, es war halt komisch, weil ich war ja richtig ungebildet. Es war sehr schwierig. Ich habe auch immer so versucht, Portugiesisch von hinten nach vorne zu sprechen, dass ich in der Schule ein bisschen spreche. Ich dachte, die Leute verstehen mich, aber die haben nichts verstanden. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, mit der Kultur zurechtzukommen, mit der Disziplin, was man hier hat, zurechtzukommen. Und auch ein paar Sachen einstecken zu können. Ja. Also das heißt, in Brasilien kannst du nicht, wenn ein Mann dir was sagt, da wird keiner einsteigen, da wird man sich gleich gegenseitig prügeln, gegenseitig schlagen. Und das ist ein total verkehrter Weg. Ich habe in Deutschland gelernt, dass man das Gegenteil nochmal schlucken muss, um im Leben voran zu kommen. Und wenn du 14 Jahre alt warst, wie wurdest du in der Schule gut aufgenommen? Hast du dich gut aufgenommen gefühlt oder war es schwierig mit den anderen Schülern? Also ich habe ja brutal gut Fußball gespielt. Und genau dieses Alter, wo man verrückt ist, war Fußball. Die haben mich wirklich alle geliebt, wegen dem Fußball. Ah, das ist ja schön. Und darum haben mich alle gehasst, weil ich immer geschlägert habe. Ach so. Also ich habe brutal Fußball gespielt. Warum bist du nicht beim Fußball geblieben? Kann ich sagen, warum eigentlich? Weil ich behindert bin. Okay. Also wenn ich heute zurückgebe, würde ich sagen, häng dich in den Fußball rein. Ja. Wäre entspannt gewesen. Wann hast du mit MMA denn angefangen? Ich habe damals bei Vuvodina in Serbien ein Probetraining gemacht. Das habe ich geschafft, also in der ersten Liga in Serbien. Ich bin nach München, habe den Burau-Boss-Glub beim Boxen gesehen, wollte es ausprobieren. Da war ich 17. Nach eineinhalb Wochen, zwei Wochen habe ich schon einen Muay Thai-Kampf gemacht. Also ich habe zwei Wochen erst trainiert. Als der Kampf vorbei war bei meiner Mutter, meine damalige Ex-Fran, ist schon so lange her, da und ich wurde aus dem Ring rausgetragen, weil ich Unterzucker hatte, haben es mir eine Cola gegeben. Ich habe meine Mama angeschaut, ich werde nie wieder Fußball spielen. Ich habe meine Leidenschaft gefunden. Und seitdem bin ich in diesem Sport drin. Und mit 17 habe ich meinen ersten Kampf, mit 17 mein erstes Training. Heute mit 38 liebe ich dich immer noch. Ich liebe es, ich liebe es zu können. Denkst du denn auch, dass aufgrund deines Lebens, dein ganzer Lebenslauf, sag ich mal, bist du dadurch auch, ist das so ein Ventil für dich, der Kampfsport? Also ich denke es nicht, ich bin mir sicher, dass es so ist. Wenn ich das nicht hätte, das Aggressionspotenzial, das ich in der Jugendlichen hatte, weiß ich nicht, die München wissen alle, aber ich war ja auch eine lange Zeit im Knast. Ich war auch bei der AFM, so alles für München, so eine Hooligan-Zeit, was es gab. Ich habe auch Hooligan-Zeit, die wissen sehr viel. Also kennt man dich hier in München? In München kennt man mich, war es wie ein behinderter Mensch ich war, da wollte keiner mit mir wirklich Kontakt haben, weil ich überall wo ich war, gab es Probleme. Aber heute mit mir in München, ich komme in die Stadt, die Leute kommen zu mir, die Leute wollen mit mir sein, die schicken mir ihre Kinder und das war dieser Wandel durch den Sport. Deswegen sage ich, wäre ich Fußballprofi gewesen, man weiß nicht, ob es geklappt ist, aber falls es wäre, wäre ich vielleicht ein Arschloch weiter eingeblieben, weil ich war wirklich ein Arschloch. Aber durch den Sport, natürlich ist das Finanzielle nicht so krass beim Fußball, aber das hat mich zum, sagen wir mal, herzlichen, besseren Menschen gemacht. Das war für mich wertvoller als jedes Geld, das ich hätte verdienen können. Bereust du denn irgendwas in deinem Leben, was gelaufen ist? Ich bereue eigentlich gar nichts, weil ich habe keine Zeit bis heute gehabt, ich habe die ganze Welt durchreißen, ich habe wirklich geile Leute um mich herum, ich habe einige abgegrenzt, aber ich habe geile Leute um mich herum, ich kann nicht sagen, dass ich bereue, ich bin nur dankbar, wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich das Leben führen kann, was ich heute führe. Das ist schön. Du hast die Welt bereist, wo warst du denn überall? Boah, ich habe in Schweden gewohnt, ich glaube, wir wissen, wer hier wohnt. Wohnt? Ja, ich war, also ich war sehr, sehr, sehr lange in Thailand, glaube ich, 15, 16 Mal, oder irgendwann bin ich für eineinhalb Jahre komplett rübergezogen. Ich habe in Phuketia gewohnt und dann war ich sehr, sehr oft in Schweden. Ich habe in Kameratschmeyer sehr befreien in Kabul. Was gefällt dir in Schweden? Das Training. Egal wo ich war, ich war nur zum Trainieren. Ich bin nicht irgendwo gereist, wegen Party, wegen Frauen, wegen AD, ich bin nur zum Training. Also ich habe auch im Gym, wirklich im All-Stars-Gym unten geschlafen, gewohnt, alles. Und da war der Kameratschmeyer zum Beispiel, was jeder kennt, bevor er ein Star wurde, haben wir halbwegs ein Zimmer geteilt. Ich bin nach Phuket rübergezogen. Ich habe eineinhalb Jahre nur durchtrainiert, auch wenn ich da noch nicht gekämpft habe eine Zeit lang, aber ich bin immer mit dem Training beschäftigt, weil wenn ich das nicht mache, wie gesagt... Wo trainierst du am Juschen? Mein jetziges Gym ist ja noch im Keller. Ich trainiere da so gerne, ich bin da so glücklich drin. Hier in München? Hier in München, am Frankfurt-Ring. Wir ziehen ab März in so eine riesige, fette Halle. Ist das dein eigenes Gym? Das ist mein eigenes Gym, also ich bin dort ein Coach, ich bin dort Trainer. Wie viele Fighters habt ihr da? Mittlerweile so Kunden habe ich ungefähr 200. Fighters habe ich Haffene Nafuka bei mir jetzt, der hat auch nach München gezogen, da habe ich eine Fahrradung, das ist eine Maschine, der ist bei Aris drüben. Da habe ich einen 10-0-Amateur, einen 9-1-Amateur, ich habe so um die 30 richtig, richtig starke Kämpfe. Also ich hoffe mal bei der ÖFD sogar, wirklich sehr starke Jungs. Wie alt sind die meisten so? Die sind so, die, die kämpfen zwischen 16 und 22. Ja, das hat Potenzial damals. Die sind sehr stark. Edis wird ja am 5. April in Dortmund kämpfen, bei Oktober 1969. Und er trainiert auch mit dir zusammen. Wie schätzt du den Kampf gegen Uwe ein? Es wird ein geiler Kampf werden. Also den Uwe kenne ich nicht privat, aber ich habe natürlich schon mal Videos von ihm gesehen. Ich habe mit dem Edis jetzt mehrmals trainiert. Der weiß genau, was er vorhat, was er machen will. Wo siehst du seine Stärken? Also mittlerweile wirklich sogar in seinem Striking. Er trainiert mit dem Hakan ja. Der Hakan kann ja auch schon sehr lange. Wir haben ihn in Thailand geführt. Der hat auch in Thailand gewohnt. Ja. Weil es ein bisschen wenige. Wir haben in Thailand zur selben Zeit sogar gewohnt und trainiert. Sein Coach. Das ist interessant, weil in dem Interview mit, in dem Face-to-Face, mit Ringlife, hat er noch gesagt, dass Uwe der bessere Striker ist. Das weiß ich noch. Ja, aber er trainiert jetzt wirklich mit einem sehr, sehr guten Coach. Ja. Der hat mit Pipe trainiert. Der Pipe ist in Thailand der Mann, der wo Sanché rausgebracht hat. Der war wirklich die besten Thai-Boxer rausgebracht hat aus Thailand. Mit denen hat er Hakan trainiert. Und er ist jetzt beim Hakan im Training. Und er tut natürlich dieses ganze Wissen, was er gelernt hat in Thailand, über eine längere Zeit beibringen. Kann sein, dass im Moment noch der Uwe der bessere Striker ist. Mhm. Aber es ist kaum noch viel Zeit, dass die sich da dann wirklich Kopf von Kopf messen. Und dann ringen, glaube ich mal, dass er auf jeden Fall besser ist als der Uwe. Was schätzt du ein? Es sind jetzt knapp drei, vier Monate. Was schätzt du ein, wer mehr Gas gibt in der Zeit? Weil Uwe ist ja auch businessmäßig und TV-mäßig voll viel unterwegs. Glaubst du, dass er das schätzt? Aber ich glaube trotzdem, dass er trainiert. Ich glaube, er tut trotzdem nebenbei trainieren. Für die Edi ist auch viel unterwegs. Aber die finden immer ihre Zeit zu trainieren. Weil die wissen, an dem Tag geht es für die Hakan was. Man denkt ja nur, das ist nur ein Kampf. Das ist ja nur irgendwie so Promis. Ist nicht so. Ich wünsche nur das Beste vom Herzen. Er ist wirklich ein sehr gerader Mensch. Und ich wünsche natürlich, dass er diesen Kampf gewinnt. Na klar. Ja, logisch. Du hast eben gesagt, als du gereist bist, warst du ja nicht zum Partymann. Aber bist du so Münchner Partyleben unterwegs oder kennst dich da aus? Oder bist du da komplett raus? Also, wo ich jung war, sehr viel. Ja. Die Türste haben mich gehasst. Ich habe glaube ich, 90% der Türste hier habe ich verprügelt. Mit meinen damals 70 Klöchen, was ich hatte. Da sind heute einige, die wollen auch sagen zu mir. Der Mohammed zum Beispiel aus München, der größte Veranstalt in München. Der sagt mal, ich habe dich früher schon von weit, wenn ich dich gesehen habe, bin ich schon weggegangen, weil ich nicht wusste, dass du auf meine Party kommst. Aber seid ihr heute cool miteinander? Heute, ich bin mit jedem in München, bin ich cool. Ich glaube, jetzt bin ich mit dem Movid morgen. Es werden viele von den Türste auch morgen in der SAP Halle sein und den Kampf anschauen. Wer unterstützt dich sonst noch, wenn du in München kämpfst? Oder halt auch unabhängig davon in Deutschland? Also ich sage mal, ich mag es eigentlich gar nicht nach außen. Ich bin mit der Ancelotti-Familie sehr gut befreundet. Das ist der Coach von Real Madrid. Okay. Ich bin mit dem Mino, das ist ein sehr, sehr enger Freund von mir. Deswegen bin ich sehr oft in Madrid bei ihm. Mino, was geht bei dir? Was da, brother? Der unterstützt mich da voll. Dann hast du ja immer noch voll die Fußballverbindung trotzdem. Auch wenn er nicht mehr spielt. Ich habe eine Zeit lang Fußballspieler verkauft. Mein Cousin spielt. Das ist anhört. Ich spiele selber Fußball. Ich habe einen Fußballprofi in der Familie. Sportlich begabt, also der Familie. Wir müssen Sport machen, weil wir sonst nichts hätten. Du kannst bei uns nichts, wie hier in Deutschland, eine Schulbildung kriegen, wenn du kein Geld hast. Du kannst nicht mal, wie hier in Deutschland, vorankommen, wenn du kein Geld hast. Und wir hatten ja wirklich ... Bei uns hat es geregnet zu Hause und wir müssten, während wir geschlafen haben, müssten wir zu einem Eimer hintun, damit es reintropft. Weil da hat immer reingetropft. Du kannst nicht schlafen. Und dann war immer das Tuck, Tuck, Tuck. Und dann musst du wirklich das Eimer dahintun. Aber krass, dass du das mit 38 auch immer noch voll ... Hast du das noch bildlich vor dir? Ja, klar. Ich habe das ja 14 Jahre gelebt. Krass. Sodass wir Licht ausgegangen sind. Das kann nicht immer sein. Da geht Licht aus. Und alle sind aus dem Haus raus und haben sich draußen versammelt, weil die wussten, die Verbrecher haben Licht ausgemacht. Und du wusstest, einer wird sterben. Und ich war immer zu Hause dann. Und dann sind alle auf die Straße gegangen, damit du nicht zu Hause umgebracht wirst. Und waren alle draußen. Boah, dein Leben hört sich an wie ein Film. Nee, wirklich jetzt. Es gibt mir so richtige Film-Vibes. Ja, aber ich glaube, die Brasilianer, die wissen ganz knapp, wovon ich spreche. Alle Brasilianer haben das, glaube ich, durchgemacht. Kriegst du denn noch hin? Wann warst du zuletzt dort? Zuletzt war ich dort letztes Jahr. Und ich fliege jetzt entweder im Dezember noch rüber oder spätestens Februar. Ach so. Ja, jedes Jahr. Hast du durch die Kindheit auch Ängste mitgenommen? Also in der Entwicklung durch das, was du erlebt hast? Oder hast du das eben umgewandelt in mir kann keiner was so ungefähr? Nee, also Ängste hat glaube ich jeder Mensch auf der Welt. Der hat keine Angst, der lügt. Ja. Also wer sagt, ich habe keine Angst, der lügt. Jeder Mensch hat vor irgendwas auf der Welt Angst. Was wäre so deine, was ist so deine größte Angst? Wo meine größte Angst ist eine Schlange. Echt? Ja, ich habe auf dem Bild aber eine vor mir. Ich dachte, ich verrecke. Ehrlich? Ich habe wirklich Angst vor Schlangen. Das ist meine größte Angst. Also ich habe keine Angst wirklich vor Menschen. Aber hast du mal was erlebt mit einer Schlange, dass das so an dir ist? Nee, ich finde es einfach so komisch. Die können überall hin, hoch, klettern. Können ja viele Tiere, aber die sind halt so. Die schlängeln halt. Die schlängeln. Und ansonst. So was wäre denn? Vor meiner Mama habe ich Angst. Ja, das ist glaube ich so. Der meiste Mensch der Welt, den ich respektiere. Und auch einer der wenigen Menschen, wo ich irgendwas dagegen sagen würde. Sie schreit mich an, sie bläht mich an. Und ich bin so der Mensch, der einfach ruhig ist. Ja. Daher habe ich Angst. Weil ich weiß, wie sie sein kann. Ich habe als Kind, von der viele Trachtbringungen von meiner Oma bekommen. Mit Kabeln. Mit, bitte sagen Sie, mit Kabel haben sie mich verloren. Deswegen habe ich heute noch, obwohl ich alt bin und kämpfe und eventuell sehr hart bin. Ich habe Angst. Aber ich weiß, wie sie sich nicht prügelt. Ich weiß, wie sie sich anstellt. Okay. Aber das ist doch schön, dass du trotzdem drüber lachen kannst. Ja, ich lache immer. Ich lache immer. Deine Narbe hier, die ist aber nicht von Mama, oder? Nee, ich habe da, glaube ich, wo ich knapp 17 war. Oder kurz bevor ich mir Kampfsport angefangen habe, habe ich, glaube ich, sechs, sieben oder acht, ich habe nicht mitgezählt, Flaschen auf den Kopf bekommen. Flaschen? Ja. Beim Feiern hat jemand, also ein sehr guter Freund, einer meiner besten Freunde, der Tabo, wurde von mir genau gemacht. Ich habe zu einem Freund gekannt. Ich habe die Frau gemocht. Ich habe das Mädchen gebeten zu gehen. Dann kam der Bruder von diesem Mädchen mit, hat mit ihm gestritten. Dann habe ich mich eingemischt. Dann bin ich K.O. geschlagen. Ich habe in der Faust S.K.O. gegangen. Ich bin Zabar gegangen und der Tabo ist aus Klo gegangen. Dann bin ich geklopft. Ich bin umgedreht. Dann bin ich eine Flasche auf den Kopf gekommen. Noch eine Flasche. Dann haben sie mich aus der Q-Klappe rausgeholt und einen Kreis gemacht. Flasche auf den Kopf geschlagen. Flasche, Flasche. Ich habe irgendwann noch geschrien. Ja, ich sterbe, ich sterbe. Da hat ein Freund mit dem Adem das gesehen. Ist da reingesprungen. Dann haben sie sich getrennt. Mein Kopf war so auf. Ich habe es nicht gesehen. Ich wurde mit dem Bürgerbeschehen, Space Bürger. Da hat die Frau mich angeschaut. Boah, wie schauen Sie die nach? Warum? Ja, fass dich nicht an. Ich schlief Flas. Ich habe mich angefasst. Über ein Glas Splitter. Aber du bist direkt ins Krankenhaus? Die haben mich ja dort und sofort... Ich bin in Brudel mehr weg, um Krankenwagen zu kommen. Vom Gesundheitssystem her. Die haben mich zugemacht. Ich habe mich dann ins Krankenhaus gefahren und habe mich dann genäht. Ich glaube ab 18 Stiche, 12 Außen, 6 Innen her. Hast du irgendwelche inneren Verletzungen davon betragen? Oder nur... Also die Wunde war dann weg und dann... Die Wunde war weg. Ich war eine Woche später mit so einem Ding. Bei Feier machen, Party machen. Eine Woche später war ich wieder Feier machen. Haben die Jungs gedrückt, die das gemacht haben. Das ging schon so lange. Als ich im Knast war, dass ich auch einen von den dort drin getroffen habe. Der ist leider gestorben jetzt vor kurzem. Mein Beinleiter, meine Familie ist scheiße. Ich wurde auch abgestochen. Ich habe hier eine fette Nase. Ich wurde abgestochen. Wie du wurdest abgestochen? Wie ist das passiert? Auf dem Hauptbahnhof. Welcher Hauptbahnhof? Auf dem Hauptbahnhof. Hier in München? Ja, da haben Jungs... Junior Eats und Itouch waren. Die haben beim Runterfahren... Sie waren bis zur U-Bahn runtergefahren mit der U-Bahn. Da waren ein paar Araber, die haben sich gestritten. Ich wusste gar nicht zuhören, was war ich. Ich bin gestanden. Wie lange ist das Jahr gestanden? Das ist so... Da war ich, glaube ich, 24, da habe ich schon gekämpft. Deswegen war ich total entspannt. Ich habe mich so hingestellt. Sie haben sich gestritten und sich geschlägert. Und ich stand da und so... Boah, scheiße. Und dann auf einmal war so nichts. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, weil er war hinter mir. Ach so, von hinten? Ja, von hinten. Ich war so gewesen. Und dann habe ich noch so ein Ding gespürt. Und dann bin ich angeschaut. Dann war das ganze Blut. Die Selle hat nicht vergessen. Dann hat der Araber war das. Das Messer hat mich angeschaut, es fallen lassen. Da habe ich gesagt, ich bring dich jetzt zum... Da habe ich das Messer genommen. Ich bin an der Rollstrecke hoch, er hoch. Ich hätte ihn wirklich umgebracht, glaube ich. Aber er ist... Wie er kommt? Und da oben, wo er gelaufen ist, ist halt genau die Polizei oben gewesen. Oh. Und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, da habe ich das Messer wieder zurückgenommen, bin runter. Er hat seine Tasche da vergessen gehabt. Und seine Jungs waren auch schon irgendwo keiner über alle Berge. Ich habe nur die Tasche aufgemacht, weil ich schauen wollte, ob Dokumente... Natürlich, ich habe zwei nach Hause gefahren, natürlich. Da war nichts außer so altes Zeug. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Die haben mich genäht, der Junid wurde auch irgendwie genäht. Hat er denn nur wenig getroffen? Oder hast du Glück gehabt? Schon so lange her, ja. Ich weiß nur, dass ich eine Zeit lang nicht trainieren konnte. Dass ich meiner Mutter erklären musste, warum komme ich wieder mit einem Stich nach Hause. Oh Gott. Meine arme Mutter tut mir leid, Mama, gell. Deswegen ist die Unterstützung, dass ich heute noch mit 38 kämpfe, dass sie sieht, dass es mich so geändert hat. Die Geschichte ging noch lange. Irgendwann habe ich den Typ noch gesehen. In der Tankstelle. Und dann? Ich habe nichts gemacht. Wir waren zu zweit in der Tankstelle. Mit dem Tabo. Ja. Der ist mal dabei, wenn es Probleme gibt. Kann das sein? Ja, wir waren halt immer vier, viele Jungs, die waren immer Blödsinn. Total scheiße. Auf jeden Fall, wir haben ihn gesehen und dann in der Tankstelle. Daher gekommen habe ich gesagt, schau mal her, wie wir so assi wären. Wir hätten nichts mehr tun können, aber abgehakt, scheiß drauf, habe ihm in die Hand gegeben. Aber Respekt an der Stelle. Das ist total. Ich habe wirklich gelernt, wenn es anders wäre. Hättest du ein paar Jahre vorher noch anders gemacht, ne? Ich hätte ihn umgebracht, glaube ich. Wenn du hättest Fußballprofi werden können, an welcher Stelle hat es gehakt und wo hast du da gespielt? Bei welcher Mannschaft? Also gespielt habe ich, als ich nach Deutschland kam, 14, bei Gartenstadt Rüdering. Das ist ein kleiner Verein hier. Dann haben wir unser, glaube ich, zweites Spiel gegen FC Bayern gehabt. Da hat es, glaube ich, zwei Stunden gedauert. Da haben sie bei meiner Mutter und bei meinem Vater angerufen, dass ich zu denen ins Probetraining kommen soll. Ich muss da hingehen. Ach krass. Und dann bin ich da hingegangen zum Probetraining. Da war Patrick Peltram der Trainer. Wir haben trainiert. Ich habe wirklich überragend trainiert. Da hat er gesagt, er wird sich melden. Dann hat er eine Woche vergangen, hat er angerufen. Ja, das wird nicht hinhauen. Blablabla. Kein Problem. Geht weiter. Eine Woche drauf hat er wieder angerufen. Ja, ich bin von Bayern rausgeschmissen worden. Und ich mache jetzt Trainer bei Milbertofen. Und wir würden ihn natürlich dabei haben. Und er hat die ganze Jugend von Bayern damals, was er trainiert hat, alle rausgeholt. Inklusive mich dann. Also ich war nicht bei Bayern. Aber er hat mich dann mitgenommen. Bei Milbertofen so eine starke Truppe gemacht, dass wir wirklich ganz, die ganzen guten Mannschaften aus Bayern, Sechzig und Tahain geschlagen haben. Wir haben so in der U15, glaube ich, alle Vereine, wo du dir vorstellen kannst, haben wir geschlagen können. Also wir hatten wirklich eine Truppe vom FC Bayern. Und dann bin ich von dort raus zum SK Sribia. Mit 16. Da bin ich in der Landesliga gespielt bei SK Sribia. Da habe ich den Manager Sascha den Manager H kennengelernt. Das weiß ich sogar noch, wer heißt. Der hat dann gesagt, was machst du hier? Geh wir nach Serbien. Okay. Und dann hat er mich nach Serbien zur FK Vojvodina gebracht. Die haben damals noch gespielt gegen Athletes von Madrid. Da war ich noch mit dem Aufzug und habe dann Probetraining gemacht. Die haben mich sofort mit dem Vertrag nehmen wollen. Dann habe ich den Vertrag schon vorgehabt vor mir. Ich bin dann nach dem Juni gekommen, wie ich gesagt habe vorher. Ich habe den Borok beim Boxen angeschaut. Ich muss es mal mitmachen. Ich habe mit dem Borok dann trainiert. Ich bin dann am nächsten Tag zum Muay Thai gegangen. Bei Barracuda hieß es damals. Da habe ich dem Trainer gesagt, ich bin nur noch zwei Wochen in Deutschland. Ich muss zurück. Ich habe einen Fußballvertrag. Ich muss Fußball spielen. Aber ich will einen Kampf machen. Da hat er beim SCS in München einen Kampf für mich organisiert. Ich habe einen Kampf gemacht. Ich bin fast gestorben. Unterzücker bekommen. Da ist, wo ich rausgegen. Ich habe gesagt, Mama, ich spiele keinen Fußball mehr. Krass. Ich gehe nicht mehr nach Serbien zurück. Du hast diesen Vertrag also gar nicht mehr unterschrieben und hast genau kurz vorher entschieden, um zu kämpfen. ich werde mich nicht täuschen. Ich habe den Vertrag zu Hause unterschrieben. Aber nicht abgegeben. Weiß ich. Ich weiß nicht, ob Sie dort ein Exemplar haben. Das weiß ich. Kann ich nicht sagen. Da würde ich lügen. Aber ich habe den Vertrag zu Hause unterschrieben, glaube ich. Der liegt nur dort. Der wäre auch eine gute Summe gewesen. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr zurück nach Serbien. Sondern ich bin zum Kämpfen. Ich habe den Kampf damals, den ersten Kampf bestritten. Und war am nächsten Tag im Training. Das zeigt ja, wie sehr dich Kampfsport gecatcht hat. Ich liebe Kampfsport. Ich liebe es. Das ist ja irre, dass du dafür komplett Fußball aufgegeben hast. Ich liebe es. Wie ich schon gesagt habe, das Geld im Fußball wäre natürlich traumhaft. Aber ich weiß noch, anderes weiß ich Geld. Mir geht es gut. Was machst du noch? Wenn ich freue mich? Ich habe eine App-Entwicklungsfirma. Ah, okay. Also ich bin bei PEM heißen wir es mittlerweile. Davor war es Weibglobig. Ich habe dort Prozente drin. Ich selber kann nichts entwickeln, aber ich kenne so viele Leute. Ja. Und ich bringe die ganzen Kontakte zusammen. Du bist die Connection. Ja, da ist ja Pratek und die App drin. Die programmieren alles, was geht. Ich kann gar nicht. Aber ich habe so viele Kontakte, dass ich Lothar Matthäus mit uns in der Firma mit dabei gewesen wäre. Oder wir starten jetzt. Lothar Matthäus bei uns. Er wird dann Apps erstellen, Fußballverein für die Werse. Und dann nehme ich noch das Gym in München, was ich vorher sah habe. Dann nehme ich bald noch ein bisschen Bösen-Training geben. Mach es genug auf jeden Fall. Ich mache Geld. Und trotzdem würdest du am liebsten jede Woche zusätzlich kämpfen, ne? Ich würde, wenn es geht, jede Woche kämpfen können. Also wenn es ging, dass man sagt, geh kämpfen, ich kämpfe. Weil wir trainieren so hart. Was denkst du denn, wann ist so das Alter, wo man sagt, boah, da sollte man schon. Ich meine, oder du bist so ein Typ Mike Tyson, der auch noch mal im Rentenalter anrichtet. Also ich hoffe mal, dass wenn ich älter bin, dass ich auch mal einen Kampf wieder mache. Klar, wenn ich älter bin und das ist cool, das mache ich. Ich glaube, es gibt kein Alter, für was glaubst du oder was sollte man aufhören. Ja. Wenn du noch wieder heiß drauf bist oder dieses Feuer in dir spürst, kämpf doch. Weil mich auch viele fragen, ich bin schon so und so alt, ist es zu alt, anzufangen? Nein, fang doch einfach an. Wenn du diese Gedanken hast, anfangen zu wollen, ist ja geil, wer alt du bist. Ja. Fang doch einfach an, geh hin und mach das. Mach, worauf du lustest. Ja, ist richtig. Ich habe dann noch ein kleines Game vorbereitet mit dir. Also das erste Wort, was dir jetzt zu folgenden Fightern einfällt, haust du einfach mal raus. Das erste, was dir dazu einfällt, ja. Holzer. Geiler Typ. Ilbay. Interessiert mich nicht. Samsonitze. Geiler Typ, wie Holzer. Holzer. Cater. Starke motherfucker. Ja, okay. Palukai. Oh, sehr harte. Und Michael Degaschek. Einfach ich. Ich muss mir nicht sagen, wie ich bin, ich mache mich nicht groß, ich mache mich nicht klein. Ich bin glücklich, ich bin einfach ich. Das ist das, was ich schon immer sein wollte. Interessiert mich auch mich. Gegen wen würdest du denn von denen gerne kämpfen? Ilbay. Entschuldigung. Ja, das hast du ja schon gesagt. Natürlich. Aber das war jetzt auch die einzige Person von allen, wo du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Ja, weißt du warum? Ja, gerne. Ist simpel. Möchtest du wissen? Ich habe einmal verloren gegen Lengal. Er war von Anfang an sympathisch, am Ende sympathisch. Am Ende nicht mehr? Ja. Er war am Anfang sympathisch, am Ende immer noch sympathisch. Wir haben danach noch Kontakt gehalten mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Ach so, okay. Der andere kämpft mich. Also du hast jetzt gerade aber nicht von Ilbay gesprochen. Nein, nein. Von den anderen Typen, der Lengal. Ja. Und jetzt kommst du zu Ilbay, ja. Ich habe Probleme gehabt, aber nicht gesundheitlich. Ich war damals getrennt von meiner Freundin, mein Kopf war verdient. Das war der Jahrestag von meinem toten Onkel. Alles unwichtig. Ich habe verloren, fertig. Es ist weiterhin korrekt geblieben. Auch danach, der hat sie nicht groß gemacht. Er war von Anfang an sympathisch, am Ende sympathisch. Wiederum der Dennis ist vor dem Kampf aus sehr sympathisch. Der Mann hat ja Bemerkungen, wo ich denke, warum machst du das? Was für Bemerkungen hat er denn gemacht? Ja, über mein Gurt. Ja, mein Jiu-Jitsu war nicht so gut. Blablabla. Du musst denken, ich habe dich mit einem Knie gekämpft. Ich hätte auch absagen können, wie jetzt in München Kämpfe abgesagt wurden. Dann hätte er keinen Gegner gehabt. Dann hätte er sich vorbereitet. Wenn ich zwei Tage davor absage, hat er keinen Gegner, fällt Frankfurt aus, dann wäre ich doch ein riesiger Penner gewesen. Ich andersrum hätte gesagt, hey, Respekt, danke, dass du da warst. Puff, fertig. Wir müssen auch nicht noch mal kämpfen, aber dann, dass du da warst und dass du nicht abgesagt hast. Aber jetzt willst du noch mal kanten? Ja, weil dann, schau mal, wenn ich gesund bin, mit zwei Knie, wie schlecht ich jetzt am Boden bin. Ich bin ja nicht, dass ich jetzt erst ein Jahr trainiere. Ich habe 15,5 Jahre trainiert, bis ich mein Black belt bekommen habe. Insofern, dass ich ein Jahr trainiert habe. Und das ist für mich sehr wichtig, weil ich habe dafür geopfert. Ich war mehrere, nicht so tausend Stunden ich auf der Matte war, wie viel ich auf die Welt gereist bin, um von wirklich den besten Leuten zu lernen. Das finde ich halt respektlos. Und wie ich schon immer sage, auch davor schon bei Wait, nur egal, ich bin sehr respektvoll bis zu einem gewissen Grad. Ab diesem Grad, wenn man mir Respektlosigkeit zeigt, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der von der Frau wegläuft. Also ich will keinen Krieg mit niemandem, aber ich bin der letzte Mensch, der von dem Krieg wegläuft. Also bin ich erzogen worden. Ich bin wie ein Mann erzogen worden. Ja, das ist sicher. Weißt du schon, ob er denn auch im Rückkampf zustimmen würde? Mir ist es egal, ob er zustimmt, nicht zustimmt. Ich muss jetzt mal morgen den Donals schlagen. Und ich glaube natürlich, wenn der Oktagon sagt, kämpft gegeneinander. Darum kämpfen wir. Ich glaube, er hat gerade andere Gedanken. Der Holzer, die ganze Zeit fordert ihn heraus. Der muss mal da schauen, ob er gegen Holzer kämpft, nicht kämpft. Das ist einfach, was mich nicht interessiert. Was ich weiß, für mich bewahrt ist. Ich würde ihn gerne noch mal kämpfen. Ich sage ihm, dass er schlecht ist. Er ist kein schlechter Kämpfer. Ich war mit ihm drin gewesen. Er ist wirklich ein sehr guter Kämpfer in meinen Augen. Aber ich bin immer noch der Meinung, wenn ich gesund bin, zwei Kinder habe, werde ich den besseren Kämpfer. Das wäre der komplettere Kämpfer. Ich bin immer mehr kompletter in meinen Augen. Immer noch. Würdet ihr denn gerne noch mal einen Rückkampf von den beiden sehen? Ich glaube mal ja. Ich glaube mal ja. Ich glaube mal ja. Also ich sage dir jetzt immer ein paar Begriffe und du gibst mir einfach kurz und knapp deine Meinung dazu. Ok. Ok, gut. Oktoberfest. Zum Oktoberfest? Selber? Besuchst du das gerne? Jetzt nicht mehr. In der Jugend war ich schon so oft besoffen dort drüben. Da gibt es auch eine Zelle, die haben mich eingesperrt da drüben. Das ist verrückt. Also machen die extra wie so eine Oktoberfestzelle oder wie? Die haben eine riesige Zelle auf Oktoberfestgelände und dann sperren sich wirklich dort ein und dann von dort nehmen sie dich dann auf die Erdstraße und am nächsten Tag in der Erdstraße die Haftrichter dann sagen, ob er schlimm war, wird er verhaftet oder kann er frei gewesen sein. Und wie war es bei dir? Boah, ich weiß nicht wie oft ich schon bei diesem Haftrichter war. Der hat schon immer gesagt, ey, schämmst du nicht dass du wieder hier bist, wie oft er mir Bewehrung gegeben hat. Das war schon traurig. Aber es war schon richtig traurig. Und da muss ich riesen Dank an meinen Bewehrungshelfer Keldorf noch sagen. Danke, ich bin hier noch frei geblieben, weil ich war so oft bei dem... Aber gehst du jetzt nicht mal aufs Oktoberfest? Mich interessiert das gar nicht mehr. Also ich habe keine Zeit mehr für sowas, keinen Bock mehr auf sowas. Ich halte mich von Streit, von den ganzen Dingen, wo ich weiß, es könnte Streit geben fern. Und ich habe einen Trainer in Thailand, der Masio Grazina, der ist eine Legende im MMA, der hat gesagt, ab 12 Uhr gibt es draußen nur Probleme. Und danach lebe ich. Ab 12 Uhr ist draußen nur ein Problem. Das hat mein Vater mir tatsächlich auch beigebracht. Da bin ich zu Hause. Also für als Frau. Das ist die Wahrheit. Aber auch für uns Männer aus dem Grund. Wir sind auch hitzköpfig. Weil wir nett sind, dass wir schlucken, schlucken. Dann sind die besorfen, betrunken, vollgekoksten, vollge... Und alle denken, sie sind Talg. Ja. Und irgendwann reicht es dir auch. Und dann machst du was. Und dann tust du weh. Und dann kannst du wieder vom Haftrichter gehen, kannst du wieder Geld zahlen, kannst du wieder das machen. Und das will ich meiner Familie unter mir. Also ich finde tatsächlich, deine Biografie müsste eigentlich verfüllt werden. Oh Scheiß! In München haben wir viele. Ja. Die haben schon gesagt, so vom Asi zum Yogi. Ja. Der Assoziale, der wohl Yoga-Mensch geworden ist. Das haben wir auch schon mal gesagt. Yoga ist auch gut. Nächster Begriff ist Politik. Deine Meinung zu Politik. Macht die Welt kaputt. Also Politik macht in meinen Augen die Welt kaputt. Bekriegen sie sich, Länder gegenseitig. Dann schickt der Politiker, der wohl die Scheide ausgebaut hat, uns dorthin um seinen Scheiß auszubaden. Und wir müssen dahin, weil wir es nicht mal passiert und was. Deswegen sage ich, Politik ist ein Thema, was ich mit keinem... Schwierig. Also ich bespreche nicht über Politik mit keinem. Was sogar intern in meiner Familie. Sprechen einige nicht miteinander. Meine Schwester haben sich jahrelang nicht mehr gesprochen. Wegen der Meinungsverschiedenheit. Wegen Lula und Bolsonaro. Das sind zwei Präsidenten. Ja. Wir haben jahrelang nicht mehr gesprochen miteinander. Wir haben Politiker. Ja. Die eigene Familie hat sich gesplittet wie ein Politiker, der uns nicht mal kennt. Und ich finde, Politik macht die Welt kaputt. Und die Politik gesplittet die Welt. Deine Meinung zu Mindset und Comeback nach Verletzungen? Also Mindset muss immer stark sein. Mit der Meinung haben, dass du der Schrägste bist oder überhaupt der Beste bist in dem, was du machst. Und Comeback, egal Fußball, MMA, egal wo, im Job, ist sehr wichtig. Wenn irgendwas Negatives passiert und du hörst auf, wirst du nicht besser werden. Wenn irgendwas Schlechtes passiert und du sagst, ich kann es erreichen und du hart arbeitest, vielleicht dauert es Jahre, wirst du es auch erreichen. Deswegen ist es sehr wichtig. Sehr schön. Und eine letzte Meinung von dir zum Thema, wo würdest du gerne leben, wenn du nicht in Deutschland leben würdest? Mittlerweile in Tojiweja. Okay, warum? In Alicante in Spanien. Ich war wirklich auf der ganzen Welt schon. Aber dort habe ich noch ein bisschen Heimatgefühl aus Brasilien, nur ohne Kriminalität. Okay. Und dort kannst du noch spazieren gehen und in der Früh dein Fleisch kaufen, dein Metzger, die Leute kennen sich alle. Aber du hast nicht diese Gefahr, dass dort einer nach Knarre wartet, dass dort einer erschossen wird, dass dort einer, was weiß ich, der Kopf abgehackt wird. Aber man muss es machen, dass du den Kopf auf dem Mars und deine Eltern können den Kopf nicht anfassen, sonst bringt deine Eltern um. Und die See ist krank. Ja, ja. Deswegen, ich habe dort in Tojiweja ein Brasilien-Gefühl in Europa. Dann müsst ihr alle mal nach Tojiweja gehen. Okay. Ey, ich danke dir für deine Zeit. Super, super interessant, was du so aus deinem Leben erzählt hast. Und ich bin sehr gespannt, ob es einen Rückkampf in 2025 gegen Dennis Ilma geben wird. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu, ob ihr das gerne sehen möchtet oder gegen wen ihr generell Degaschek das nächste Mal im Cage sehen möchtet. Danke dir. Ciao, ciao. Tickets erhältlich unter oktagontickets.de